Diese Skibbidi-Toilet-Dinger verfolgen Hanning und mich durch die Backrooms. Und dennoch haben wir versucht, alle vier Level durchzuspielen. Kommen wir mental unbeschattet aus der Situation wieder raus und können wir alle Rätsel lösen. Das seht ihr in diesem Skibbidi-Video. Ich bin der Weihnachtsmann, Bro! Oh Gott. Okay, ich hab Loki grad ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Ich weiß nämlich nicht, was man hier machen kann. Wir müssen aber zuerst was klären. Ja. Wenn wir wegrennen, dann renne ich dir hinterher. Das heißt, du rennst weg, ich folg dir, weil sonst verlieren wir uns, okay? Okay. Unsere Ausdauer geht weg, wenn wir... Oh mein Gott, da Skibbidi! Renn, renn, renn! Ey! Der macht voll Harlem schwenk. Oh, der kommt. Nee, 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 er ist noch da, er ist noch da, er ist noch da. Skibbidi, Skibbidi. Komm hier hin, komm hier hin. Der ist voll da! Er ist weggegangen, er ist weggegangen. Nein, er ist immer noch da! Ich hab gleich keine Ausdauer mehr. Kiro, hier ist denn jetzt irgendwas. Wir müssen dahin. Ich hab keine Ausdauer mehr. Was ist das? Komm in die Ritze, kann man da rein? Komm wieder durch. Er folgt dir, er folgt dir. Ich opfere Harnling! Nein! Oh mein Gott, er hat dich... Oh, er kommt auf mich zu. Was hat das denn? Wieso sagt der nur Skibbidi, Skibbidi, Skibbidi? Was ist das? Nein! Nein! Er hat mich... Kiro, Kiro, ich glaub, das ist ein richtiges Scheißspiel. Meinst du? Es hat Geld gekostet. Okay, wir gehen rein. Let's go. Wir müssen den Ausgang oder sowas finden. Ja, 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 so eine Tür. Wir können diesem Skibbidi auch einfach nicht entkommen. Real Talk, können wir nicht. Wenn ihr uns einmal sieht, der hört ja nicht auf. Ah, was? Oh, hier geht's weiter. Moment, hier müssen wir rüberbalancieren. Easy, easy clap. Hier kann uns der Skibbidi nicht zarten anhaben. Nein! Bist du runtergefallen? Nee, aber wenn du springst, spring nicht, Digga. Okay, hier hat man voll schlechte FPS auf einmal hier. Ich merke das, Alter. Was geht denn hier ab? Hey, hier ist eine 5. Komm mal, komm mal hier. Ich glaube, hier müssen wir rein. Halik, wir müssen hier nicht rein. Halik, stopp. Ich bin tot. Ich bin tot. Aber warum ist da eine 5? Vielleicht müssen wir Zahlen für so einen Zahlencode sammeln. Siehst du, wie krass die Ansicht ist, wenn man im Spectator-Mod ist? Das ist so richtig wie so eine Aufnahme, you know? Was mache ich? Ich bin in der Sackgasse jetzt. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht kannst du ihn in so ein Loch reinlocken. Kommt der? Oh, mein Loch! Renn! Jetzt gehen wir nicht durch. Jetzt gehen wir nicht durch. Was mache ich jetzt, Kirodechenko? Was mache ich denn? Hallo? Geh mal hin. Aber... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, er ist der Weihnachtsmann. Wir sehen es gleich aus. Wir sind Brüder im Herzen. Hey, man kann seinen dicken Bauch ja sehen. Oh, schön. Warte mal, wir locken den hier ins Loch. Nein, 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 wird außen noch umgehen. Das ist ein Outplay-Loch. Wir können einfach im Kreis laufen. Der kann uns gar nichts. Was tust du jetzt? Du bist nicht... Renn, 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 renn. Wir müssen uns trennen. Lauf woanders hin. Oh Gott, da ist hier noch einer. Da steht schon wieder in der Tür. Nein! Es skibidit, es skibidit. Mich skibidit aus allen Löchern. Ich bin tot. Ich schau dir zu. Okay, schau mir zu. Ich glaube, ich bin ihm entkommen. Wie bist du dem entkommen? Ich bin einfach weggerannt. Weiß, was gleich passieren wird. Hier wird gleich noch ein skibidit stehen. Dann wird mir den Arzt bedienen. Wo bist du, skibidit-Toilette? Da! Ein Keeper. Vier Ziffern! Warte mal, blau? Die eine 5 war blau. Welche Farbe hatte deine 5? Welche Farbe hat dein Bugatti? Rot. Rot. Das heißt, 5 irgendwas, 5 irgendwas. Lass mich hier rein, Mann. Vielleicht ist der erste Code wirklich nur 5 für 5. Enter. Error. Verdammt. Also das erste blau war 5. Das dritte war auch 5. Das heißt, wir müssen grün und gelb finden. Ich, warte mal. Nein! Collection Lost? Hä? Okay, los, 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 los. Wir speedrunnen das jetzt. Wir trennen uns einfach jetzt. Voll die gute Idee in jedem Horrorfilm. Ja, es geht ja um die Zahlen nur. Ich habe eine Zahl gefunden. Welche Farbe? Rosa oder Rot ist 5. Also hast du dieselbe Zahl wie vorher gefunden. Dann ist ja jede Zahl 5. Warte, schreib mir das auf. Ah! Ich werde gerade geskibidit. Oh, dann sehe ich, glaube ich, wo du geskibidit wirst. Ich glaube, alle Zahlen sind 5 außer eine. Eine Zahl ist nicht 5. Und das wäre gelb wahrscheinlich gewesen, wenn es gelb gab. Und das müssen wir jetzt finden. Hallo. Hallo. Gibt es hier eine Maus? Ah, es gibt mir die Toilette. Weg hier. Hier ist noch. Gelb ist 9. Gelb ist 9. Gelb ist 9. Also 5, 5, 5. Neun. Der Skibidit-Kopf. Alles ist 5 außer gelb. Das ist gerade gar nicht, wo ich bin. Ja, wir haben es auch verlaufen. Ah, hallo. Er kommt zu. Komm wieder zurück. Warte mal. Ah, er kommt durch. Kann nicht mehr rennen und der Skibidit. Oh nein. Du rechts, ich links. Nein. Das war ein Fehler. Ich bin tot, Kiro. Ich bin tot. Ich glaube, ich bin bei der Tür, oder? Ja. Das ist die Tür. Es gibt blau. Es gibt kein rosa. Alles ist 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 9. Was? Es ist aber so. Wir müssen grün finden. Das sieht komisch aus. Das ist safe in Zahl. Und das auch. Es gibt mir die Toilette. Ich versuch's. Ich outrun ihn hier einfach. Das ist nichts. Hä? Der hat mich nicht gesehen. Meinst du, die Zahlen sind random? Wieso komme ich hier nicht durch? Dein Ranzen ist zu groß. Ich komme hier nicht durch. Hey, hier ist eine Treppe. Oben links steht die 5. Aha. Ja. Das ist diese rote. Da müssen wir nur noch grün finden. Grün. Das ist eine 4. 4 steht für Lifestyle. Okay, wir haben alles. 5, 4, 5, 9. Ja, hier musst du gerade ausgehen. Und da ist aber das. Ich gebe die Toilette. Da sind alle beide. Alle beide. Ich renne nach vorne. Ich renne nach vorne. Ich renne nach vorne. Ich renne durch. Ich renne durch. Ich renne durch. Da war die Tür, weil da ist hier diese komische. Ja, ja. 5, 4, 5, 9. Digga, was machst du? Wie? Hör mir doch zu jetzt. Blau ist 5. Ja. Grün ist 4. Grün ist 4. Rot ist 5. Gelb ist 9. Dann stimmt einfach das Blaue nicht, was du erzählt hast. Dann ist alles random. Nein. Warte, ich muss jetzt das Blaue finden. Da. Ja, lol. Okay. Das war der lange gedauert. Jetzt ist es hier. Das ist auch eine 4. Es ist wirklich random. Aber sei vorsichtig. Guck erst um die Ecke, bevor du rausgehst. Wenn der Skibidi da ist, dann bist du auch mal... Oh Gott, ich renne. Ich renne. Okay, 4, 4, 5, 9. Ja. Ja. Oh mein Gott. Und jetzt? Hallo? Gehe erst mal geradeaus. Gott, das sind dunkle Gänge. Ich habe so Angst, Digga. Ich mag dunkle Gänge gar nicht. Hier sind schon wieder FPS-Drops. Holy shit. Wer steht da? Center. Santa Claus? Mit 2 FPS? Oh, ich renne jetzt einfach. What the fuck? Ja, wie soll ich das denn mit 2 FPS machen? Verfolgt mich gleich der Santa, wenn ich hier rauflaufe? Oh, ich kann... Ich schaffe das niemals mit 2 FPS. Jetzt, 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 jetzt. Verdammt. Hä? Ich habe voll Schiss. Ich würde voll gerne hinter diesen Santa hinlaufen. Aber ich habe voll Schiss, dass er mich angreift. Santa, du bist lieb, oder? Ready, Fazbel? Er macht nichts. Ich habe Schiss, Mann. In Fall, geh mal mit ihm. Du kannst doch eh drücken, oder nicht? Okay, er macht tatsächlich gar nichts. Ich laufe mal hier durch. Ja, okay, dann muss ich jetzt wohl, wie ich diese Passage schaffen soll. Hab's geschafft. Yes. Ja. Muss bis zu seiner Nasenspitze, dann klappt das. Okay, jetzt noch er. Kurz vorm Exit. Mach keine Sache, renn einfach. Ja, let's go. Wir kommen raus. Das war superschlimm. Oh mein Gott. Wir haben Level 0, haben wir geschafft. Also machen wir jetzt Level 0,95. Nein, Bro, Bro, Bro. Oh, was ist das? Warum leuchtest du? Nein, Bro, ich kann das nicht spielen. Das ist jetzt legit echt einer zu viel. Hä? Man sieht ja gar nichts. Hey, wie sollen wir das denn spielen? Nein, renn nicht so weit weg. Renn nicht so weit weg. Tschüss. Hä? Man sieht hier nichts. Was ist das? Lauf ins Licht. Lauf ins Licht. Dreh um. Dreh um. Kiro, was zum F*** hab ich hier gesehen? Was war denn? Hast du auf den Boden geguckt? Da war ein Gesicht oder was? Was? Da war irgendwie so ein Mund oder sowas. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab nur Angst gehabt. Hä? Was sollen wir denn machen? Ich kann das nicht, Kiro. Ich hab wirklich gerade fast all der vier gedrückt. Ich mein, das ist todernst. Lauf ich gerade gegen eine Wand? Ich lauf gerade den Gang runter oder so. Ich kann mich nicht hier wegbewegen, Bro. Ich lauf gerade rückwärts. Es ist wieder... Ah, warte mal. Ich bin an der... Ah! Oh, der F***! Hast du so nach unten geguckt, wo das Rote kam? Nein, da ist gerade was ganz anderes passiert. Lass jetzt hier Level 974 spielen. Das sieht süß aus. Barbie oder so. Ja? Okay. Ach, guck mal. Ja, okay. Das sieht doch ganz nett aus, oder? Ah! Ey, die Mucke. Hallo, Zahnling. Wie geht's dir heute? Wie geht's gut? Hallo, kauf mein Make-up-Produkt an. Das ist aus so einem Mucke. Ich fühle mich so, als wäre ich in so einem YouTuber-Haus oder so. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil das ist so unscheinlich hier. Ihr musst irgendwie... Ah, Slenderman! Mach die Tür zu! Nein, Slenderman! Oh, hi. Woid. Bro, ich kann das nicht mehr. Ich kriege gerade Metallnerven zusammenbruch. Warum sind die Kameras drin in einem Kinderbett? Was fällt man sich hier ein? Ich gehe jetzt an Jack. Nimmst du das dann auch? Nee, der Kamerawinkel ist eigentlich... Nee. Ah, okay. Ah, okay. Er ist weg. Warum gehen wir eigentlich nicht direkt die Treppe hoch? Ja, was ist das für eine Club-Pinguin-Musik hier, Mann? Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe Angst. Geh du vor. Ah, der ist hinter dir! Jeder hat einen Bart schlucht. Warte, du hast mich gerade voll erschreckt! Warum warst du auf einmal hinter mir? Und raus da. Warte, 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 warte. Hey, Mann! Diese Lackritschlange. Diese Lackritschlange. Der Lackritschlenderman. Was ist denn mit dir? Hey, geh doch mal weg jetzt. Hä? Tschüss. Warte, mach zu. Mach zu! Mach zu! Wir haben ihn eingesperrt. Sieht ja aus wie eine laufende Cola-Stange. Das ist einfach Erdöl-Slenderman. Ah, hier, guck mal, eine 7. Genau das, was ich mir gedacht habe. Eine 7. Ach, sieben Items müssen da rein. Also so. Den einen Rucksack haben wir im ersten Raum. Aber wenn der Lackritschlenderman da sowieso jetzt da drin ist, wir können jetzt wirklich... Ich bin jetzt entspannen. Ja, stimmt. Warte mal. Mann, ist das doof. Warum hab ich Licht? Warum hab ich Licht? Warum hab ich Licht? Du musst an die Decke gucken und dich bewegen. Wo ist der Rucksack? Ich hab's herausgefunden und tatsächlich ist es in diesem dunklen Raum. Und in dem Video, wo ich geguckt habe, die haben auch Taschenlampen. Aber woher? Ich hatte doch aber auch kurz Taschenlampe. Ja, wenn du an die Decke guckst und dich bewegst, dann sieht man halt was. Aber da ist wohl ein separater Raum. Da ist ein Raum, wo man reingehen muss. Und an der Ecke, an der Ecke ist dann dieser Rucksack. Ach, der Santa Claus ist vielleicht zu fett, weil deswegen leuchtet auch der Ranzen. Lass mal kurz das Spiel verlassen. Da müssen wir aber alles neu machen. Komm, reinlackerts, Mann. Ja, 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 komm. Raus, 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 raus. So eine Dumpfbacke, Alter. Das war die Tür hier. Gironimo. So, und jetzt? Ah, ja, jetzt. Es hat geleuchtet. Es leuchtet, komm rein. Ja. Mein Gott, es lag am Charakter. Guck, da ist nämlich der Rucksack. Der letzte Rucksack und zack. Ja. Endlich. So, ab ins letzte Level. Wir gehen rein. 3, 2, 1. Okay, was machen wir jetzt? Nein. Oh, rennen. Okay, wir rennen. Wir können einfach rückwärts rennen. Run, 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 run. Wir hätten jetzt die Tür. Gestern müssen wir hin. Bist schlau? Du musst kurz auszauerecken. You're too slow. Wir sind so langsam, Digga. Das ist voll das langweilige Level. Hier geht's rein. Äh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, ich bin tot. Loser. Ja, guck mal. Ey. Ey, voll der Joke. Ah, ah. Ach so, okay. So sollte es also enden. Ah nein, hier geht's auf. Oh, da ist der Ausgang. Da ist der echte Ausgang. Ja, du erwischst das einfach ohne mich. Das ist schon sad. Wir haben es durchgespielt, Hanik. Oh, mein Gott. Warum? Falls euch das Video gefallen hat, dann zeigt es auf jeden Fall mit einer positiven Bewertung und einem Abo. Checkt auf jeden Fall Han Link ab. Er steht nämlich genau vor mir. Wenn ihr noch mehr von solchen schlechten Games wollt, dann empfiehlt YouTube euch dieses Video hier. Schaut mal nach und guckt mal, ob es euch gefällt. Ansonsten, tschüss. Tschüss. Tschüss.